Qualifying in Imola. Letztes Mal war Training, jetzt hätte ich es mal nicht mal ausgekriegt. Und diesmal ins Qualifying, schauen wir uns einfach mal an, wie es heute läuft. Im Training war ja der Mike derjenige von uns vier, der sich, ich sag jetzt mal, im Mittelfeld aufgehalten hat. Der Rest war hinten dran. Soll es sich jetzt diesmal enden? Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg euch, dass ihr das auf die Reihe kriegt. Danke. Und dann gucken wir mal, was es uns hier so bringen wird. Das Qualifying. Und ich würde sagen, wir marschieren einfach mal ab. Rückspiegel eingeblendet. Auf geht's. Ihr seid schon auf der Piste? Jo. Das ist toll für euch. Wir fahren schon mal die Reifenbahn. Ihr fahrt schon mal vor, sozusagen. Ja. Prima. Also, dann auf geht's jetzt. Komm. Ich brenne wie in der Angst. Ja, ein letztes Mal. Dann ist ja die Serie auch vorbei. Jo. Wenn ich ehrlich bin, ich freue mich. Ich habe gerade meinen Teamkollegen im Kief geschickt. Mein Teamkollege ist übrigens der Dieter, wenn es jemand interessieren sollte. Ja. Das ist auch blau-weiß. Ja. Da mache ich gleich mal Licht an, dass er auch weiß, dass ich es bin. Gut. Ich habe es auch an, Olli. Oh, oh. Der Reifen muss nicht ab. Damit ich weiß, wen ich abschießen muss. Ja, genau. So, Rhythmus habe ich natürlich noch gar keinen. Jeder sagt, die Strecke wäre toll. Wenn ich mich hier so fahrend sehe, wird mir wieder schlecht. Aber gut. Also, jetzt kommen wir ein bisschen zusammenreißen hier. Ist ja noch Einführungsrunde. Hat man noch etwas kühlere Reifen. Und die fahren wir jetzt mal richtig schön warm. Dieter ist hinter mir. Irgendwo in... Zwischen den anderen. Aber Licht sucht man nicht. Ne, ich habe auch freie Fahrt. Weder vor noch hinter mir, äh... Finde ich Fahrzeuge. Boah. Oder Reifen, ey. Ja, die Schikane ist ein bisschen tückisch. Hammer beim Griff. Da sind die Pots. Schneller fangen, herzig. Wie soll das denn unsolieren? Na ja, wir haben doch nicht mal alle hier. Freibütig wird hier nicht Platz gemacht. So, jetzt beginnt die, äh, gezeitete Runde. Die Temperatur ist noch nicht optimal. Ob es jetzt jemals wird, weiß ich nicht. Die ist schon warm. Dieter ist schon warm. Hier mit dem Anbremsen der ersten Schikane ist noch nicht so ganz ideal. Da finde ich noch nicht so richtig den... ...Bremspunkt. Wie man die am besten anbremst. So. Mike, du warst ja, äh, im Training Erste. Also von uns jetzt gesehen. Ja. Wo bist du diesmal? Äh, noch nicht in der... ...die erste Zeit der Runde noch nicht zu Ende. Ah ja, okay. Also du bist noch mit drin. Ich meld mich gleich. Alles klar. Dann lass dich in Ruhe. Fahr bloß durch ins Kiesbett. Ne, ich hab ja ein, äh... ...Loga nicht vor mir. Ja, der führt halt immer gerne falsche Wege. Das hat er beim letzten Mal, hat er mich da auch irgendwo geradeaus weiterfahren lassen. Mit Genuss hat er das gemacht. Kurve geschnitten. Danke auch. Dieter schimpft, das heißt er hat die Kurve geschnitten. Da haben sie nun wahrscheinlich wieder eine schöne Strafzeit aufgepumpt. Bisschen Tempo damit. Unfall zählt nicht, das ist viel schlimmer. Das ist... Sausam. Die Zeit, finde ich. So, ich hab auch abgekürzt. Genau an derselben Stelle wahrscheinlich wie der Dieter. Und somit ist auch meine Rundenzeit ungültig, Freunde. Schön. Das läuft, oder? Ja. Da kannst du wohl nicht meckern, Leute. Ich fahr gleich an die Wand, Freunde. Ich fahr echt gleich an die Wand. Wenn das so weitergeht hier. Was ist denn heute nur los? Mensch, Mensch, Mensch. Also. Sechster Platz. Mike, hast du schon eine Rundenzeit? Ja. Wie viel? Sechster, eins, neunundvierzig, acht, sechs, fünf. Dann ne. Ich hatte auch die Wand. Die sind nämlich relativ lange Runden. Das heißt, wenn man da eine aufgepumpt bekommt, von wegen ist ungültig, sind schon mal zwei Minuten einfach im Sack von den 15, die wir haben. Also muss man sich schon konzentrieren. So, jetzt gehe ich wieder auf die Spur. Im Moment ganz klar rote Laterne. Mein Ziel ist es heute, den Doki hinter mir zu lassen. Ansonsten habe ich noch ein paar Schecks in der Tasche, die werden dann großzügig verteilt. Aber jetzt sind die Reifen auch grün. Also das heißt, es sollte zumindest optimal sein, ob es wirklich so ist, ja, kann man nicht so wirklich sagen. Hier, das ist eine schöne Ecke hier. Gefällt mir gut, wenn sie so runter geht. Ja. So, jetzt kommen dann gleich da oben die Schikane. Da habe ich vorhin eine Zeitstrafe gekriegt. Hoffe ich jetzt mal, dass ich diesmal durchkomme. Ein bisschen eher anbremsen, vielleicht sicherheitshalber. Jawohl, es war schon sehr sicher alles. Aber gut, dafür haben wir es ja auch genommen, diesmal ohne Zeitstrafe. Und auf geht's, weiter, kommt. Dieter, du bist doch vor mir. Du musst doch eigentlich schon durch sein jetzt, oder? Nein, ich bin ja nicht in die Box. Ich habe mich gedreht bei einer Box nochmal drin. Dieter ist in die Box, das heißt, er tüftelt wieder am Setup, so wie ich ihn kenne. Wird damit was am Abtrieb gemacht. Nein, ich bin dabei, dass wir meine Reifen fahren dürfen. Um das Optimale rauszuholen. Ja. So, die erste gezeitete Runde geht jetzt für mich zu Ende. Über den Platz braucht man natürlich nicht reden. Oh, das ist mal gar nichts. Diese Anbrems-Schikane hier, das ist für mich ein absoluter Traum. Schon wieder ungültig. Jetzt übertreiben sie aber. Jetzt übertreiben sie. Aber sowas von. Haben sie mir wieder einen aufgeprobiert, dass ich da angeblich abgekürzt hätte, die Strecke gestritten habe. Ich sehe es nicht ganz so, aber gut. Mit mir kann man es ja machen. Hat jemand von euch ein paar Tempos übrig für mich? Ich bin hier im Bett lagen hier. Ja, das ist noch nicht ganz, aber die ersten Tempos können schon mal rüber gereicht werden. Meine Herren. Es ist verkehrt zu sagen, dass ich jetzt Dritter bin. Ja, es ist die verkehrte Zeit. Mike, ich gönne das ja nach, ich sage mal, nach 60 Folgen wird es auch mal Zeit, dass du dich da vorne auch platzierst. Ja, genau. Also, von daher, das ist heute dein Tag und unsere nämlich gar nicht. Also meine auf jeden Fall nicht. So wie ich jetzt hier... Der Vater ist ja noch unterwegs. Mann, 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 da, also... Es läuft einfach. Hier, Schikane wieder vergessen. Naja. Lassen wir es gut sein. Doki? Ja? Wo bist du? Also, ich meine... Ich bin auf dem Elfenklitz. Au, das heißt, drei Pätze vor mir. Da könnte man vielleicht... Naja. Wahrscheinlich nicht. Ich bin auch dran arbeiten. Ich fühle schon mal den Schick aus. Ich fahre heute wie ein Nachtleuchter, ganz ehrlich. Also, das... Sowas Schwaches habe ich noch nie erlebt. Bin ich froh, wenn diese Serie vorbei ist. Hat mir persönlich jetzt nicht so gefallen. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, woran es lag. Wahrscheinlich eher an mir, aber auch... Auch so dieses... Rumgeschleuder und so weiter. Dieses... Nostalgische. Das ist gar nicht so meins gewesen. Du aus dem modernen Wagen. Schön wieder ins Kiesbett rein. Und wieder raus. Einfach ein Traum. Also, eine Offroad-Serie gibt es hier noch nicht. Ja, das wäre aber genau jetzt meins. Bei dem mit diesem Fahrzeug hier. Da muss man aber vorher höher legen. Mann, Mann, Mann. Wir haben noch knapp gute fünf Minuten zu fahren. Das heißt, eine Runde könnte ich vielleicht noch fahren. Aber ob das gut ist, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Wie schaut es bei euch aus? Alle zufrieden? Ich meine, der Mike ist Platz 3. Ne, ich bin durchgereicht worden. Jetzt fünfter. Fünfter. Sechster. Beim ist... Sechster. Ich bin fünfzehnter. Das ist was anderes. Ich fahre mal in die Box, weil sonst... ...krieg ich hier einen kleinen... Naja. So. Gucken wir mal kurz ins... ...Tuning-Setup. Muss ich noch mal was nachschauen. Ich nehme hier ein bisschen mehr... ...Tank mit. Jetzt habe ich es mir wieder mal nicht gespeichert. Ah, das ist... ...amateurhaft. Amateurhaft. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Speichern kommen wir jetzt auch nicht. Egal. Also, fahr mal raus. Komm, vier Minuten noch. Viereinhalb Minuten. Und schon ist es vor Speedback wieder da. Gott sei Dank. Sonst hätte ich jetzt gleich das Lenkrad gegen den Fernseher geschmissen. Hat sie es anders überlegt. Doch noch nicht ganz lebensmüde. Glück fürs Lenkrad, oder? Glück fürs Lenkrad, weil der Fernseher wäre ja wurscht. Also. Und aufi. Komm. Platz 16. Super Sache. Ich fühle mich so richtig gut heute. Und es geht... Ach, der Genese. Jetzt gleich wieder ab. Freunde, ich... 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 ...drehe gleich ab. Jetzt weiß ich mal, wie sich der Mike immer fühlen muss. Also echt... Ja. Das ist echt krass, dass du das da so durchhältst. Und trotzdem... Anstandshalber ist irgendwie nach Hause fährst. Mir fällt es echt schwer. Äh... Da mitzumachen. Bei so einem schönen Erlebnis. Man gewöhnt sich an alles. Ja. Gut. Dann... Wäre ich mich so langsam mal damit abfinden müssen. Nee. Nee, 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 nee. Ach. Das kann ja was werden im Rennen. Wobei am Start ist eigentlich alles noch gut. Da kann man ja noch ein paar Plätze gut machen. Habe ich ja schon öfters bewiesen. Ja. Also von daher ist vielleicht da noch ein Hauch von... Naja, ich sag mal... Geht was. Aber wir haben es schon gehabt. Ja, vom Platz 6 hin auf 1. Der A war alles schon da. Ich bin schon von Platz 3 sich auch schon mal gestartet. Von ganz hinten bis vor gefahren. Also... Ja. Von daher... Deswegen. Motiviere ich mich jetzt über diese Schiene. Ganz ehrlich. Ja, ja, ja. Aber vielleicht darf ich jetzt noch eine Runde zu fahren. Das ist irgendwie der Dieter oder der Doggy oder irgendeiner ist hinter mir. Das sind sie. Der Dieter ist hinter mir. Ich bin eine Sekunde schneller. Ja, ja. Ich rutsche... Ich mache auch ein bisschen Eishockey hier. Also ich... Achtung. Ich rutsche... Ach... Genial. Läuft. Dieter ist siebte. Wird zumindest so angezeigt. Ja. Noch. Noch. Aber jetzt auch noch schnell eine Runde. Ich habe mich extra vorbeifahren lassen. Dankeschön. War ein fein Zug von sich. Ja, ne? Ja. Und du hast auch wirklich mega viel Platz gehabt. Also wer da nicht rumkommt. Ich habe auch noch abgenommen. Deswegen. Das mache ich auch genau. Die Mutterhaube wird geschmissen. Das Auto macht alles das, was ich nicht will. Dem Auto kommt du gar nicht zurecht, oder? Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Denke ich aber auch. Und ich dachte eigentlich, ich beherrsche hier dieses... Fahren. Das ist ja nicht so, dass ich das erste Mal hier mitwache, aber... Ja. Läuft gar nicht. Läuft wirklich gar nicht. Wiss ich, ich kann mich nicht mehr verbessern. Ich würde mich gerne verbessern, aber ich kann es nicht. Ja. Das sind die Unterschiede. Jeder hat so sein Kreuz zu tragen. Ich habe ein ganz großes. Hm. Freunde, Freunde, Freunde. Dieter ist schon aus der Reichweite. Hat die Stallurte nicht mitbekommen. Was zieht denn der mir? Ein Quartier im Rennen macht er das. Achso, im Rennen. Ja, genau. Opfert er sich. Muss er. Der ist ja wegen dem Schick schon mal rein. Ja. Da tauscht er denn die... Der liegt bei dir dann im Handschuhfach. Ja, wenn du nachher mal rechts reinschaust. Okay. Der liegt da drin. Auch mit einer kleinen Anweisung. Ich habe mich auch nicht mehr verbessern. Das gibt Späßchen jetzt mittendrin. Ja. Er ist nur dabei. Hör mal. Dogi, wie ist es bei dir? Ich bin wieder auf dem ersten. Äh, auf dem ersten Platz. Okay. Okay. Der liegt ja auf dem zwölften. Dogi träumt noch ein bisschen vom ersten Platz. Zehn Sekunden noch. Das heißt, ich komme noch durchs Ziel. Habe mich natürlich nicht verbessert. Ich kotze ab. Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war eine super Sache. Wir sehen uns dann später im Rennen wieder. Mit dem Dogi und dem Mike und dem Dieter. Den beiden Jungs, Gratulation zu Platz 5 und 6. Und dem Dogi, wo ist der Dogi? Zwölfter. Zwölfter. Also Freunde, bis dahin. Ciao, ciao.